Und die Medaille hat die neue Champions-Präschen, denn es sind 13,016 Punkte. 2,017 Punkte. Wir haben die neue Sitzung, die wir machen. Kommt der Erfolg! Die nächsten Gymnasium ist der Team in Slowakei. Für die Slowakei. Lucia Doborska! W역s W역s Wir haben die GMR-Sportler überschneiden und gewirkt. Wir haben sie auch sehr schnell hingestellt. Und wir haben weitergearbeitet. Mit dem Schrauber, also mit dem Schrauber. Und das Ziel kann zum Beispiel der Überschlag gestreckt. Der kann Schrauber sein, dass die Höchstschwindigkeit hier ist. Aber man zeigt sich schon mal eine gute Grundlage, die hier in der nächsten Sprache sind. 12.5, 6, 6 points. 12.5, 6, 6 Punkte. Für die Jahre doppelt gerne. 2.5, der 2. Sprung der Phoenix Labacka. 2.1, der 2.0, der 2.0. 10.5, der 1.5, der 1.0! 11.5, der 1.0 und der 3.0. Soll ich die Leute über 29,7. 1.5, der 1.1, der 1.5, der 1.0! 2.5, der 2.0. 2.5, der 2.0 mit 2.0. Eine Untermotation bei ihrem Hinwertseite, sie hat auch am Ende, ich stelle hier ein paar Körbe aufrichten können, so einen kleinen Schuh zu weit machen, aber in der Luft war es eine super Position, Beine schon zusammen, schon mit so einer kleinen Schraube. Also ich glaube auch da können sie vielleicht zufrieden sein mit ihr alles. Und sie soll diese Erfahrung aus München auch mitnehmen für ihre weitere Karriere, und sie soll sich immer daran erinnern, wie toll es war, hier an der Olympia allen dabei zu sein. Ihr einziges Gerätefinale ist am Kürzeln.